Es gibt nämlich nachher Freibier. Es gibt also erstmal Freibier. Da hinten werden schon die ersten Aktionen, Vorbereitungen getroffen. Lieber Willi, aber so ein kleiner Verein hat natürlich auch finanzielle Schwächen. Ihr schwimmt jetzt nicht gerade so im Reichtum, sag ich mal. Deshalb möchte ich dir auch im Namen der Stadt noch mal einen Scheck in der Höhe von 250 Euro überreichen, damit ihr dann was Richtiges anfangen könnt. In diesem Sinne erkläre ich, wenn du es mal nicht gemacht hast, mein Freund, erkläre ich es für den Gamaris als eröffnet und wünsche ganz tolle, warme Tage bis am Sonnabend. Habt viel Spaß! Holt! Holt! Juhel! Holt! Holt! Juhel! Holt! Holt! Juhel! Holt! Juhel! Holt! Juhel! Holt! Juhel! Holt! Juhel!